Uuuuuhhhhhh Ja, haben wir wieder sieben Eisen. Sieben Eisen. Nicht Silbereisen, sondern sieben Eisen. Oder sieben Silbereisen. Das könnten wir natürlich auch haben. Wenn wir es denn wollten. Aber wir wollen es nicht. So. Habe ich das nicht geschickt eingefädelt? So und 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 so. Da machen wir Licht. Da holen wir uns die Kohle aus der Wand. Die Kohle aus der Wand. Die Kohle aus der Wand. Da holen wir uns Kohle aus der Wand. Kohle aus der Wand. Da holen wir uns die Kohle aus der Wand. Kohle aus der Wand. Kohle aus der Wand. Da holen wir uns die Kohle aus der Wand. Die Kohle aus der Wand. Hey. Das hat auch was. Licht. 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 ja will ich eigentlich schon ins licht gehen nicht ins licht doch ich gehe ins licht ich will raus hier gerade habe ich gesagt es wird zeitlich knapp und ich hoffe ich laufe jetzt in die richtige richtung ich muss nach hause moment ja musik ja richtige richtung musik habe ich gesagt kommt schon ein bisschen was egal so der baum ist auch gewachsen juhu was ist mit dir da unten nein du bist nicht gewachsen bisschen sanfter auf die tasten hauen ja ich habe auch gefühle kohle 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 so und so dann pfeil knochen dieses hier so warte ich muss das jetzt mal ein bisschen knochen pfeil verrotetes fleisch da und dieses hier so das 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 und das da haben wir gleich noch was dafür so holz tür schätzling weizen weizen kies so weizen kartoffeln komische steine ein ei so das ist die das ist das da das kommt da hin so das haben wir schon werkbank und das golderz das golderz schmeiß ich gleich in alle 16 24 ja brauch ich so haben wir 15 eisen machen wir folgendes eisenbrustpanzer einen eisernen harnisch so jetzt fühle ich mich wieder sicher einen bogen hier haben wir noch keine einzige spinne getötet hier hm egal hm 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 die kartoffeln könnte ich anpflanzen theoretisch wenn ich das denn möchte hm hm den lavereimer haben wir auch ach du meine güte so lavereimer Wasser einmal hm 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 machen wir hier ein kleines feld hin hm 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 weizen auch noch dazu du kommst hierhin wurde schon gleichmäßig abgetrennt haben wir da halt einen frei ist egal macht nix so haben wir hier ein bisschen fällt jetzt ist ganz was ach du scheiße geht das überhaupt noch und wieder holz schlagen gehen holz schlagen gehen holz schlagen gehen holz schlagen gehen mit der eisenaxt geht das viel schneller moment so habe ich mal wieder gerustet wurde auch schon wieder zeit war ja noch nicht lange genug her kommst her bitte danke du fällst bitte auch runter danke sieht komisch aus so ja gut ja gut gut so so dann 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 äh so bisschen zaun alter alter da da so war das zaun tor ne ja schwarz eiche holz zaun tor vor drei drei so so da ist ein zaun bereits noch nee hier geblieben so 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 monster kommen sowieso nicht aus wasser raus so und gute nacht so guten morgen so gold 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 das gold des lebens gold ist das gold des lebens oh ja gold ist gut aber alles nicht alles was glänzt ist gold könnten auch diamanten sein aber ich habe noch keine diamanten oh oh regimen oh yeah oh oh i'm the regimen do what the reggae can i'm the reggae man da 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 oha ich war aus dem Glück stell dir vor ich hätte den nicht gesehen hm nett hey wo kommst du her so mal aufräumen gehen hier das was hier für scheiß rumläuft und rumliegt also wirklich sowas gibt so das ist dann noch das letzte stücke so das 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 ja gut das ist auch gleich fertig nun gut dann würde ich sagen warte ich noch auf den stückeisen ja dann passt das auch ziemlich gut zusammen so das das und das 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 heißen bleibt da ja komm das holzschwert mache ich nochmal das mache ich nochmal fertig noch ein bisserl auf die jahr gehen noch ein bisserl auf die jahr gehen auch federn ich weiß zwar nicht was ich damit tun soll aber wir kriegen sie oder liegt auch noch verrottetes fleisch ja da vorne sind noch ein paar hühner die müssen jetzt auch dran glauben einfach nur damit ich das schwert nicht verschwind so das war es auch schon mit dem schwert gut dann gehen wir noch den scheiß ablegen und nicht vergessen währenddessen essen tralalalalala tralalala nicht vergessen zu beleuchten damit es bei nacht auch weiter wächst es wäre blöd wenn man das vergessen würde dann müsste man sich ja schämen deswegen so feder tun wir da dazu zum leder feder zum leder da haben wir dann vier das weg moment so mein hals kratzt auch schon wieder ab normal viel so das tun wir auch da rein das tun wir auch da rein gut dann würde ich sagen ich schließe mich wieder mal hier ein schaue nochmal ins inventar ja passt soweit gut ich schließe mich nicht hier ein ich stell mich hin hier draußen mit blick aufs feld ja und würde sagen ich wünsche euch noch einen wunderschönen wunderschönen tag ähm geht mal raus falls es schon schneit wenn die folge kommt wenn es noch nicht schneit und es ist kalt draußen dann bleibt zu haus macht euch einen tee schiebt euch einen film äh in den dvd player habe ich das jetzt gerettet den satz ich weiß es nicht macht's euch gemütlich trinkt einen tee trinken kakao trinken kaffee was auch immer ihr wollt und ja stresst euch nicht zu sehr und haut rein danke fürs zusehen tschüss tschüss